jo was geht leute ich bin zwar von inside the game und wir spielen heute mal wieder ioni weiter und heute nicht the crookman mal wieder ein anderes rpg ich habe mich so langsam die nase voll weil es wird immer spannender bei the crookman aber damit wir auch kein spiel vernachlässigen spielen wir jetzt mal hier so wir haben jetzt habe ich die seife mit dem Taschentuch verbunden und versuche jetzt mal mit dem Handcashiv das Piano zu wischen 9 1 5 ok ah der sei ja ah ah Hilfe 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 ah schnell 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 nein ah ok komm her 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 ach er ist weg hat ein glück so jetzt gehen wir mal wieder zum Piano und ich glaube die zahlen ja drauf sind sind ein Hinweis dafür was wir hier in den Tresor eingeben sollen kann das sein ja kann sein was haben wir denn noch für item screwdriver leider play share mal schauen was ist dann da noch so gibt allerdings müsste ich jetzt mal gucken 9 1 5 was da jetzt so noch war so dann wollen wir hier einfach mal gucken und die mal ein paar zahlen ein 9 1 5 war es dann nehmen wir mal die 2 1 5 6 ob das war es nicht okay dann die vielleicht die 5 1 5 6 da ist es vorne mit der kids bedroom key ok mehr das kids bedroom finden ich glaube hier müsste das sein you think a perfekte im berein und da ist auch jemand war okay wo er das ist ein du nur ein du nur wie gott separated all really come with me or wait here ja komm doch mit dann sind für wenigstens alleine i came me i'm not walking around this mansion with that monster lose not toll also wieso fragst uns überhaupt und wie keine entscheidung im spiel trefft können Moment mal da ist doch was dieser Stuhl der steht hier so einsam der ist garantiert garantiert müssen wir darauf klettern jawollow ich habe von item leider flügt und wir hatten doch die äh lichter richtig lichter so jetzt wollen wir gucken i won't liebten item leider führt äh fill the lighter with yes sir das machen wir und genial ich hoffe nur dass er jetzt nicht kommt darauf bin ich mich jetzt nicht vorbereitet was war nochmal hier warte mal hier ist doch was something seems about this wallpaper item plane chart was gibt es denn hier noch ach oben war doch diese komische tür vielleicht hat sie etwas damit zu tun blablabla blablabla ähm i found the item door knopf ha ha jetzt haben wir den türknopf gefunden und den können wir da jetzt unten am besten ich gehe mal in eine abkürzung zum schlossimpfen um den blauen mann zu auszuweichen praktisch ähm ich versuche jetzt einfach mal den türknopf da anzubringen wo wir gerade waren am besten ich speichern mal hier save file file to ok item knopf also door ah ja dann nehmen wir jetzt item genau door knopf door knopf das hört sich ja komisch an wo sind wir jetzt hallo hier kommt nichts item lichter aha hoch ok item nochmal lichter das candle lighted yes alles klar was ist hier direkt gefunden ich wusste es doch einfach mal alles antippen einfach mal alles ansprechen dann klappt das meistens oh da ist was drin oh mal lieber zu machen vor allem kommt i found the item basement key hö 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 hey ach oh soll ich mal offen machen nein haha ich mach nicht offen ich mach nicht offen ooooh das hat jemand kein wort mehr höh ah shit hallo ey lass den scheiß nein 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 bitte nicht bitte nicht bitte nicht bitte nicht lass mich in ruhe ach er lässt mich in ruhe ich hab Angst basement kiez erst mal gucken wo hier die basement sein soll da habe ich noch gar keine ahnung so just basement key was war das denn selbst was mich das vor ist gehen wir schnell über hier hin mika hat die war da oben hier war jedoch drin nein was musst du es do da mit ihr hab mir drauf heilige skier hitze hitze � hION hallo Lennon Ruhr das Schwede ist aber ein geiler Raum also hier flüchte ich jetzt immerhin ich darf nur nicht die falsche Taste nehmen weil der ist ja verdammt schnell Jürgen kennen wir schon, wir haben keine Angst vor die Boah jemand kriegt ja die Dusche mal gucken was da passiert wenn ich das nach dreimal noch mache Uiuiui und was ist jetzt mit Mika los ist sie jetzt tot ich geh mal schnell hin hoffentlich nicht dann wissen wir auch schon mal was der mit uns macht wenn er uns catcht schnell bei uns steht ja immer nur Game Over aber nein Mika hey ah die ist tot ganz klar tot die kann ich jetzt nicht mal ansprechen kann ich die wiederbeleben bieten ich habe eine Phoenix Feder das ist ja blöd schade das war es ok also wissen wir was passiert wenn wir auf ach du heilige Kacke da ist doch was da ist doch was da ist doch was da ist doch was ah screw driver I can't turn the screw with the driver wieso das denn nicht guck mal hier rein ah ganz neue Welten öffnen sich ok da können wir direkt wieder raus gehen was ist das da ist lockt blöder Raum aber ich weiß gar nicht jetzt wo ich mich oh oh was passiert was passiert ach ah oh jetzt weiß es lichter das 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 doch einfach mal wieder raus gehen huiuiui äh kann ich die eigentlich auf verschieben hier nö die nicht ok ich meine die Richtung ach da oben ist was und noch mal raus und noch mal rein ich kann das doch jetzt nur so ein kleines ski brezel ist auch dabei ist ja nett noch einen oder nicht nicht so geht doch musste war da jetzt drauf von titel flette hält was soll das damit heißen bieter fettet spielte hätte oft für treiber vielleicht kann ich damit ja ok auch schon wieder ein passwort ich weiß es doch nicht vielleicht finde ich dass er hier wenn er hier kommen da habe ich total verkackt direkt dort ist locker ich vielleicht auch mit diesem komischen fletter hier ist einfach nur alles böse da war auch nicht so ich habe angst dass er gleich kommt ich stehe schon vor die gänsehaut schlechte idee ich habe nicht gespeichert ok ich denke mal das war's ich spiel einfach für die nächste folge den nächsten part einfach ein bisschen weiter dann haben wir schon mal den teil gemacht ich gerade gemacht habe und dann starten wir noch mal da und gucken wie wir diesen code lösen können also bis zum nächsten part von Ioni und wir sehen uns hoffentlich da wir sehen uns hoffentlich noch mal da und dann das ist das ist